Die Strecke, die jeder Planet in 88 Tagen zurücklegt. Das Verhältnis der Umlaufbahnen der Planeten zur Erdumlaufbahn Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Physikalische Daten von der Sonne und den Planeten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017